Mit Sicherheit jetzt bemüht, hier nicht A.A. unter die Räder zu kommen, vielleicht noch den Ehrentreffer zu erzielen und dann zu schauen, was noch geht. Toller Move von Cameron! Und was für eine geile Einzelaktion! Das 1 zu 4, der eben angekündigte Ehrentreffer jetzt also fuckt. Und was für ein schöner noch dazu. Wir haben was, Brett Cameron. Wunderbar, wie aus einem Guss. Richtig schönes Teil. Zieht hier die Scheibe kurz nach hinten auf der Rückhand, dann der Move zwischen den beiden Verteidigern durch.